Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tinder in Real Life. Wir haben wieder vier bezaubernde Kandidatinnen heute hier. Beide seid ihr angereist, oder? Ganz, ganz wichtig, checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung aus, also deren Instagram-Profile, weil ihr seid alles hingen, oder? Ja? Perfekt. Wenn auch ihr Bock habt, dabei zu sein, schreibt gerne eine kurze Personenbeschreibung von euch in die Kommentare. Lasst einen Daumen da oben da. Und jetzt kommen wir sofort zu der Vorstellungsrunde. Viel Spaß. Danke, Marc. Ich bin Marc Eggers, bin 28 Jahre alt. Ist nicht dein Hund, das stimmt nicht. Hallo, ich bin Sebastian, ich bin 29 und meine Mutter macht mir ordentlich Druck, dass ich endlich eine Frau finden soll. Ich bin's Philippe und ich stehe auf Haustiere. Ich liebe Haustiere. Es geht nicht so gut. Hi, ich bin Theo, ich fahre Cabrio, auch im Winter. Hi, ich bin Flo, 21 Jahre alt. Ich bin ein extremer großer Diener. Hi, ich bin Timo, 25 Jahre alt und ich habe leider keine Haustiere. Hi, ich bin Nova, ich bin 22 Jahre alt und ich suche jemanden, der Player Two ist. Hey, ich bin Marc und ich würde gerne das fortführen, was wir an Karneval angefangen haben. Hi, mein Name ist Flo und für dich würde ich kämpfen wie bei Fortnite. Oh Gott, nein, sorry. Ich würde kämpfen. Was geht, ich bin Sebastian und ich habe Bock auf heiße Spiele. Hi, ist heute Abend Zeit? Geil, schon für du hast genug energy. Ansonsten hier. Oh, dicker Ball, wie soll ich hier nicht glauben? Ja, Philippe, ich liebe dich, los. Hi Nova. Wir kennen uns bereits. Wie du weißt, habe ich gestern mit Revi um 10.000 Euro verstecken gespielt. Mit dir würde ich sowas aber nie machen, weil eine wie dich zu finden, ist quasi unmöglich. Boah! Oh! Kann man ein Superlike geben? Ja! Geht ein Superlike, ganz ehrlich! Superlike! Timo? Ja, ich bin Timo. Und in meiner Kiste habe ich Platz für zwei. Ah, okay, strong! Ja, strong! Das ist ja wohl klapp. Das ist ja wohl absolut logisch, Mova, wenn du ja pickst von uns, oder? Ich meine... Fortnite, ich nehme Marc. Ja! Wichtig fürs Ego! Hallo, ich bin Aline, ich bin 23 und ich suche noch jemanden für heute Abend zum Bierprong-Turnier. Oh, Marc Eggers! Ich bin Marc, weißt du zufällig, wo hier der nächste Orthopäde ist? Du hast mir nämlich den Kopf verdreht. Ja, das war süß. Ich hab'n Mensch, ihr kleinen Tim! Hi, ich bin Sebastian und ich glaube, du könntest mich ins Gleichgewicht bringen. Ja. Okay. Nein, das ist mein Aussehen auch wirklich. Hi, ich bin Timo und wir werden niemals Kommunikationsprobleme haben. Ich war'n aber stark! Der macht komplette Theaterschnik! Wollen wir gemeinsam den Sonnenuntergang genießen? Und'n Ball? Ja! Hi! Nimm mal! Und zwar kann dein Glück jetzt entscheiden. Oh! Perfekt! Der bewegt sich auch nicht als Strasse! Hi, ich bin Theo. Würde ich jedes Mal 10 Euro bekommen für jedes Mal, wenn ich jemand... Mach's doch mal, Typ! Wir schneiden das so, als ob's das erste Mal war, ja? Ja, ja, safe machen wir das. Hi, ich bin... Soll ich nochmal auf... Ich geh mir nochmal... Hi, ich bin Theo. Hi, ich bin Theo. Würde ich jedes Mal 10 Euro bekommen für, wenn ich jemand... Wenn ich 10 Euro... Ja! Ja! Was war das denn jetzt für dich? Würde ich jedes Mal 10 Euro bekommen, wenn ich jemand treffe, der so schön ist wie du? Dann hätte ich... Dann hätte ich gesucht... 10 Euro. Okay! Wir stehen jetzt hier. Jetzt heißt es wieder, du musst dich entscheiden. Ich nehme die 10 Euro. Oh! Sie nimm nicht Theo. Hi, ich bin Luisa. Ich komme aus dem Dorf und suche jemanden zum Pferdestehlen. Zum Pferdestehlen! Hi! Ich bin Sebastian. Und du bist mir mehr wert als dieser Bitcoin. Ja, komm. Ein Bitcoin kostet gerade so circa... Also du weißt ja was... So 46.000... Das ist... Hi, ich bin Flo. Das ist Kleber. Wenn ich den an dir dran mache, dann klem wir zusammen. Ja, ne. Ich hätte mir das anders vorgestellt eigentlich, ne? Seid ich dir ehrlich. Nein, bitte nicht. Ey, ich bin Marco. Ich habe dir was mitgebracht. Bitte nicht. Aus meiner Schatzruhe. Nee. Nee? Kannst du wieder nehmen. Das werde ich jetzt nochmal selber zeigen. Alle Ladies da draußen, da ist er. Der Satisfyer 9000. Fuck. Soll ich halten? Nein, das ist gut. Wenn wir heute Abend ein Date haben, darfst du entscheiden. Aber du musst am Rad drehen. Dreh. Das sieht sehr gut aus. Nicht gut. Ja. Das ist so dumm. Ich glaube, wir haben Sex. Ja. Aber da stand nicht nur Sex drauf. Paris. Wellness. Sex. Sex. Dann kam wieder shoppen. 20 Zentimeter drunter. Was soll das? Ja. Und du bist ein wahrer Volltreffer. Okay. Ja. Kannst du lieber. Ja. Nein, man. Nein, man. Wir drehen kurz weg. Ja. Schau mal dran. Leider hast du den nicht gesehen. Bro! 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 Ich habe gehört, du willst Pferde stehlen und ich habe eine Anhängerkupplung. Ja, cool. Kannst du rüber. Du darfst dich jetzt entscheiden. Ja, da ich sehr gut einen Anhänger gebrauche, hätte ich mich Theo. Das hat keine Anhängerkupplung. Glückwunsch Theo, Glückwunsch. Ja, super. Nein, toll, wirklich. Ich bin Franzi, 22 und ich bin schon viel zu lange auf Timmer unterwegs. Hast du Lust mit mir zu spielen? Nein. Ich bin Sebastian. Willst du mir einen Lutscher haben? Nein. Ich bin Marc. Und für dich entzünde ich den schnellsten Rekord-Tornado. Ja, 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 ja. Ja, nein. Das passiert echt dann, wenn man vorher viel gesagt hat. Ja, aber super, ja. Warte ganz kurz. Ich würde es gerne nochmal machen, aber ich denke, ich werde kotzen. Hast du ja gesagt? Ja. War okay, ne? Willst du auch einen Tron? Hi. Und zwar wollte ich dir mal eine Steine-Sammlung zeigen. Der glitzert auch. Ja, super. Mega, ne? No joke. Ich habe wirklich das Gefühl, bei euch könnte es matchen. Hi. Ich bin's Theo. Erinnerst du dich nicht mehr an mich? Oh, ich Idiot. Wir sind uns ja nur in meinen Träumen bisher begegnet. Boah, Dicker. Hi, ich bin Simon. Und I care for you. Okay, geht einmal nach vorne. Der glitzert, nicht vergessen. Ich könnte jemanden lollieren, Mann. Der glitzert, nicht vergessen. Mann, das ist weit. Der glitzert. Willst du jetzt einen Torni haben, oder nicht? Das war's mal wieder von einer wunderbaren Folge von Tinder in Real Life. Wenn ihr Bock auf eine weitere Folge habt, lasst einen Daumen nach oben da schon. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, wen denn ihr hier wirklich mal richtig gerne daten würdet. In diesem Sinne, checkt alle Instagram-Profile in der Beschreibung aus. Das war's. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.